Willkommen zurück bei Energy Unplugged. In unserem letzten Video haben wir uns mit den Basics der Energie beschäftigt. In diesem Video soll es darum gehen, wie Sie sich zu Hause selbst mit Energie versorgen können. Bereit? Los geht's! Was ist Solarenergie? Die Sonnenkollektoren fangen Sonnenlicht ein und wandeln dieses in elektrischen Strom um. Mit diesem Strom können Sie sich zu Hause versorgen, Ihr Elektroauto betreiben oder ihn sogar speichern für die Nacht. Die Kollektoren, auch PV-Module genannt, werden zu sogenannten Strings zusammengeschaltet. Diese Strings liefern Gleichstrom, der für die Nutzung im Haus und auch für die Einsparung ins öffentliche Netz zu Wechselstrom umgewandelt werden muss. Diese Aufgabe übernimmt der Wechselrichter und den schauen wir uns gleich an. Aber erstmal gehen wir der Frage nach, warum überhaupt Solar? Die Energiekosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, um genau zu sein, um fast 50%. Solarmodule helfen dabei, diese Energiekosten deutlich zu reduzieren, beziehungsweise sogar ganz zu eliminieren. Aber sie schützen sie nicht nur vor steigenden Energiekosten, sondern haben noch mehr Vorteile. Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie, Sie liefern einen wertvollen Beitrag zur Energiewende und Sie machen sie unabhängig vor Strompreisschwankungen. Die Gründe für so eine Solaranlage sind offensichtlich klar, aber welche Kriterien sind beim Kauf zu beachten? Wählen Sie robuste Paneele zum Beispiel mit einer Doppelglasbeschichtung und Module mit einer langen Garantie, sodass Ihre Investition auch langfristig geschützt ist. Kommen wir nun zum Wechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den auf dem Dach erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann im Haus nutzbar wird. Es gibt verschiedene Arten von Wechselrichtern, je nach Komplexität und Größe Ihrer PV-Anlage. Stringwechselrichter, Hybridwechselrichter, Modulwechselrichter und so weiter. Ein effizienter Wechselrichter minimiert Energieverluste. Er muss kompatibel sein zu den Batterien und zu den PV-Modulen, die angeschlossen sind. Am Ende fehlt noch eine wichtige Komponente, der Heimspeicher. Eine Hausbatterie speichert Energie, entweder zum späteren Gebrauch oder zum späteren Verkauf. Wichtige Kriterien sind Nennleistung, Kapazität und Lebensdauer der Batterie. Die Kapazität beschreibt die Energiemenge, die in einer Batterie gespeichert werden kann. Die Nennleistung ist ein Maß für den maximalen Strom, der in die Batterie fließen kann oder auch wieder heraus. Beide Werte müssen zu den angeschlossenen PV-Modulen passen, zum Wechselrichter, aber auch zu ihrem Alltagsverbrauch. Aber eine Batterie kann noch mehr. Ja, schon heute ist häufig die Rede von Steuerbarkeiten. Auch EcoFlow bietet ein System, was Großgeräte optimal miteinander vernetzt. Dadurch wird es möglich, die Batterie zu einem günstigen Zeitpunkt zu laden und demnächst auch wieder zu einem günstigen Zeitpunkt zu entladen. Fassen wir zusammen. Solarenergie ist eine saubere und rentable Möglichkeit, ihre Stromkosten zu reduzieren und den Wert ihrer Immobilie nachhaltig zu steigern. Bei der Auswahl der Komponenten achten Sie auf Effizienz, Haltbarkeit und Kompatibilität der Komponenten untereinander. Mit einem kompletten System, bestehend aus Solarmodulen, Wechselrichter und Heimbatterie, schaffen Sie echte energetische Unabhängigkeit. Und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Stromrechnung viele Monate im Jahr auf Null zu reduzieren. Und zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sogar noch Geld zu verdienen. All das mit einem echten Beitrag zur Energiewende. Das war es in diesem Video. Wir hoffen, dass Ihnen der kleine Einblick in die eigene Energieversorgung geholfen hat. Und im nächsten Video geht es dann darum, wie Sie konkret Energie speichern können und sich mit unserem Power Ocean System zu Hause autark machen können. Bis dahin, bleiben Sie neugierig. Bis dahin, bleiben Sie.